Hey, guten Morgen! Auf Wort! Dritten Morgen! Also, start mal rein in das Icon Roulette. Wer hat halt über die Nacht mal kurz was gezogen gehabt? Ich mach das mal ganz kurz groß. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Jemand schreibt so in drei richtig geil dabei in die Maas. Ich starte direkt mal rein mit dem Icon Roulette. Ich hab die erste Seite jetzt schon durch. Mal gucken, Pferd. Ich bin sehr gespannt, was du gezogen hast. Unser erstes Icon Pick war ja bodenlos mit Schweinsteiger-Baby. Gib mir ein Doglic Prime. Hey, warum hab ich noch ein Tier neben dem Verein? Ja, perfekt. Yashin! Ah, Puerto Rico, Portugal, Paraguay. Ich bin auch übst, übst genebelt vom Schlafen, ey. Ohne Scheiß. Oh, bitte nicht Mexiko. Oh, zum Glück, ey. Oh, Kamerun. Komm, Eto. Oh. MC ist nix. Wir haben nur Bulgarien. Auch nix. Okay, Top 9 Nation. Wir gehen durch. Verteidiger. Mittelfeld. Stürmer. Oh, Klick gehabt. Machen wir kurz. Allgemein Torhüter. Ah, den Baby-Kassiers-Campo, ja. Wie viel Torhüter ich auch antratrat habe. Das Geist ist krank. Oh, du geil. Ja, stimmt. Den habe ich ja gekauft. Ich dachte schon, er hat kein Selo gezogen. Also ich war gerade übst happy. Das war's komplett. Oh, nee. Spanien. Okay. Nee. Auch nicht. Okay, das ist Big. Den kennen wir. Den haben wir schon gezogen gestern. Fein Klose. Hä? So ist es gut, Pferd. Hä? Hier ist ja nicht mal ein Engländer dabei. Argentinien, Niederlande, Brasilien, Frankreich. Hä? Ist er big? Ah, nee. Na, passiert, passiert Pferd. Aber es war trotzdem okay. Nächstes Eingang haben wir mitgenommen. Abfall ist angesagt. Rein da, Männer. Und es geht weiter. Und los. Oh, halt's Maul. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Mein Herz. Mein ganzes Herz ist gerade in die Hose gerutscht. Oh, mein Gott. Nein. Oh, mein Gott. Ich bin munter. Ich bin munter. Das Ding ist durch. Oh, nein. Ich habe sieben Tortis. Acht. Einmal wirklich Achtung. Nein. Oh, Mann. Come on. Meine Fresse. Gib mir doch wenigstens mal in den anderen, Alter. Es ist das Sechste. Abfall ist angesagt. Wir kommen zum dritten Icon Player Pick. Nicht wundern. Ich muss mal kurz stehen. Deswegen alles gut. Erster Player Pick war Schweini Baby. Dann Zanetti mit im Roulette, was wir gesehen haben. Jetzt machen wir das dritte auf. Wieder mit R3. Abfall ist angesagt. Wünsch mir Glück. Erster Icon. Oh, big. Geiles Ding. Geiles Ding. Ist okay. Weiterspieler. Cardiola. Haha. Back. Big, big, big. Kranke Karte. Und Nummer 3. Rai Karte. Okay, wir nehmen KaFu. Aber ist okay. Diese Karte ist nice. Fühle ich anders. KaFu ist geil. Bastelianus sowieso nice. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, Rüdiger. Das ist nice. Big GG. Rüdiger ist nice. Oh, und Donnarumma noch. Hey, Abfahrt. Warte, warte, Chat. Ich stelle einen daneben. Ich stelle jetzt einen daneben. Ah. Aber es ist damit. Aber ich stelle einen daneben. Und das war richtig so. Ich habe einen daneben gestellt, Männer. Es ist doch kein Team of the Year. Aber ich habe einen daneben gestellt, Männer. Ja, bitte. Das siebte. Gut für SBCs, Männer. Gut für SBCs. Oh. Se los, Jungs. Einmal nur. Wir reden nicht weiter drüber. Donnarumma, Nummer 8. Hi, bin ich in den Chat. Wie viele Packs seid? Oh. Ha, ha, ha. Oh, ho, ho, ho. Mann. Dass ihr irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise in den Mbappé oder Messi kommt, glaube ich, sowieso nicht mehr dran. Halt's den Maul. Es ist jemand anderes. Aber den haben wir leider Gottes auch schon, Jungs. Den haben wir leider Gottes auch schon. Abfahrt ist angesagt. Der nächste Basis- oder mittlere Icon-Player-Pick steht an. Kurz geht raus an den zweiten Akimi, den wir gezogen haben. Das können wir abstoßen. Wir machen das natürlich ganz klassisch im R3-Stil. Also, ich sage es mal so. Der Chat beliebt mit 48 Prozent, dass wir eine Icon ziehen, die 700k oder mehr kosten. Gute Wette, weil 50-50 fast. Wichtig und richtig. R3 ist gedrückt. Unsere erste Icon wird werden... Ich gucke mit euch gemeinsam im Stream. Ori! Da ist der Chat. Ori ist cool. Hey, Ori ist cool. Ich sage es mal so, wie es ist. Für mich Maschine. Komm mal, Nummer 2. Mittlerer Pampersier. Neue Icon. Ich glaube, der Baby ist besser, wenn mich nicht gar nicht täuscht. Ich glaube, der kostet auch keine 700k. Ich glaube, der kostet nur 250k oder sowas. Ah. Hey. Cool. Und Nummer 3 wird werden... 3, 2, 1. Ich kann einfach keine Playerfix, Jungs. Aber wir nehmen natürlich Ori mit. Das Baby Ori. Muss sein. Abfahrt ist angesagt. Ja, der Nächste wird aber, denke ich mal, nicht lange auf sich warten. Ja! Oh, nein! Und reshi, 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 das ist okay. Geh, geh. Und deswegen habe ich den Mann abgegeben, weil ich gewusst habe, dass wir den eh nochmal ziehen. Und deswegen habe ich den Mann. guten morgen in vork hat wer hat die letzte starten rhein auf der rcg mit dem ersten big big spieler gerade für spcs unfassbar wichtig da würde ich halt auch statt den dreier setzt nur noch piks machen durchgängig in vork out again wer ab wie es da hat der zweite wäre schön dass du da bist du aber ich hätte gerne sehr sehr gerne an deiner stelle mal gerne ein team auf dir gesehen auf dem page gebrochen gewesen hier bin ich froh dass wenigstens zum ersten mal haben wir stehen wieder wir müssen wieder ein bisschen die ganze sache das ist okay naja den david nehmen wir mit im endeffekt auf der rtg jeder android spieler ist halt unfassbar und was war wichtig deswegen nehmen wir den sehr sehr gerne mit den david let's go nein david again da war richtig aber das ist das falsche blau berat gegen back to back jungs das ist back to back nach david direkt der nächste verraten aber ich weiß auch nicht ob der rtg rtg läuft aber jungs brasilien okotscha wenn es mal nur meiner wäre tg david muss ins westhof geschnitten werden abfahrt ronaldo erneuen icon player pick vom zuschauer das gefühl der erste player pick den wir von dem zuschauer über schablone machen wahnsinn wahnsinn oh come on fang reich lv dinier und bockbar was für ein pack chat das big pack du könntest weitergehen und jetzt war blau bitte jetzt war bitte blau ok boys wir haben es kurz vor 19 uhr wir starten noch mal ganz entspannt rein in den mittleren oder prime icon roulette pack roulette dings da bums da rein abfahrt los geht's kommen wir gehen rein kann man habe ich schon kommen wir machen ein super schnelles und jetzt schnelles roulette aller zeiten und ich hoffe das geht aber bis zu erneuen kann man bitte nicht hat war schon hat war schon big big perfekt hat sich ja anders gelohnt anders gelohnt schau jetzt kapp ab Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020